Diese Messerscheiße hier! Wieso krieg ich ständig Messer dazu gesteckt? Ich hab doch eins! Munition ist schon besser! Wie ist er so schnell hingekommen? Vielleicht hat er auch so'n Teil wie du! Das wollte ich nicht mal! Falsche Waffe! Das wollte ich nicht mal! Falsche Waffe! Das wollte ich nicht mal! Falsche Waffe! Wir haben aber auch alles markiert mit gelber Farbe, dass man auch nichts übersieht! Überhaupt nicht auffällig gelb! Ja! 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 Und hepp. Und hepp. Oh, echt jetzt. Trottel mit Helm. Hä? Was aber das Tor zu ging? Habe ich gar nicht gemerkt. Hallo Stranger. Again. Elegante alte Haarsprange. Lässt sie sich ja verkaufen. Ich sehe eh nichts mehr. Was ist jetzt noch? Drei Nobis Tadoris besiegen. Wird schon mal eins dieser widerlichen riesigen Insekten gesehen. Hier verstecken sich ganze drei von den Dingern. Drei. Kann die jemand beseitigen? Und bitte zuvor die noch anfangen, sich hier gemütlich zu machen. Fahrt der Buße und anschließend der Klippe. Drei von den Käfern. Nur drei. Ist hier nur drei oder was? Die kommen voll auseinander. Das kann ich erst aufzustehen. Ich wollte gerade sagen, was war Bild da so, aber das war nur die Kutte von dem Typ. Sprengen Pfeile. Dahinter ist ein Schatz. Okay. Noch jemand? Guck mal nirgends wo durch. Noch nicht. Schnauze so früh mit euch. Das gibt's nicht. So muss man schießen. Überall wo da diese Blöcke davor sind oder dieses, was weiß ich, Steinkram. Was bin ich jetzt dahinter? Sauerei! Oh, der blöcke. Oh, da? Okay. Also. Blocks. paramета. Oh. Das heißt nichts. Das Zeug fährt auch wieder runter, ne? Ja, genau das habe ich befürchtet. Die Viecher waren hier drin. Oh, isn't that great? Herrlich, nicht. Was, wo kommst du denn jetzt her? Ja! Nichts gibt es mit Ja! Mach einen Abflug. Wer hat euch schon wieder rausgelassen, ne? Hier knallt überall, wenn das Zeug runterfällt. So einen Käfer habe ich. Der Götze, oh. Alter. Also der Falter ist gerade extrem nervig. Ist wie so eine Spinne, die von oben von der Decke kommt. Du guckst nicht hin, plötzlich hängt sie vor dir. Ich ziehe mir das auf den Keks hier. So ein Gesicht möchte ich die Sau wirklich nicht haben. Setz dich irgendwo an die Wand und geh mir nicht auf den Sack. Könnte so einfach sein. Dabei sollte die von draußen bei mir gar nicht reinkommen, weil ich so ein Fliegengitter oder so ein Gitter halt vorm Fenster habe. Aber hey, keine Ahnung, wo die herkommen. Was liegt da? Blindgranate. Ach so läuft das, aber nicht mit mir. Soll man da durchschießen, wenn du ständig runterfliehst? So war der Plan, Ada. Die Käfer finde ich trotzdem nicht. Die zeigen sich auch nicht, selbst wenn ich vielleicht schon dran vorbeigelaufen bin. Hier wird doch nicht nur einer gewesen sein. Die figuren ich vielleicht nicht? Oh mein Gott. Das gibt euch nicht. Was? Ich habe es nicht, was. Oh Gott, was das? Ja, und selbst wenn ich's nicht finde, was soll's. Ja, klar. Oh, lauf doch mal langsamer. Nee, lassen wir mal. Ginkt hier vielleicht nur irgendwo einer an der Wand. Die zeigen sich ja wohl wirklich nicht, ne? Selbst wenn man nah dran vorbeiläuft. Ich hab mich gerade gewundert, was mich aufschlitzt. Wenn ich nicht aufgepasst hätte. Boah, das ist doch mal nicht so. Boom. Das ist dieser Witz, was er verdient. Geht mir nicht auf die Nerven. Boah, was hab ich gerade gesagt? Bleib liegen. Ich bin immer noch auf Käfersuche. Und ihr stört mich nur. Ich will noch viel mehr stört, dass ich die nicht finde. Naja. Es sollte mir egal sein. Ich will ja eigentlich nur durch das Spiel durch. Durch den DLC, um's mal ganz abzuschließen. Das werden wir mal sehen. Schieß auf das Fass, du! Wo kam der jetzt her? Von da unten? Ich hätte die Zielhilfe nicht einstellen sollen. Wer blubbert da noch? Nein! Wächst ihm noch so einer aus? Hall'um. Jing Jing. Hallo, Käfer! Anstatt dass der Käfer kommt, wenn ich will, kommt mein Käfer. Alter! Ich schreck mich mehr durch irgendwelche Viecher in meinem Zimmer, als durch die Viecher im Spiel. Ah, ne, da möchte ich nicht hoch. Obwohl ich muss hoch, ok. Vergiss die Käfer. Ja. Ah. Gut gut so. Krause Wie, der enttäuscht schon mich, dann mach doch deine Scheiße selber Der Typ kann seinen Mist selber machen, er hat viel mehr Kräfte als die alle zusammen Kannst du mit deinem komischen Seil-Schuss-Ding, was du da hast, auch nicht viel machen Kapitel 5 ist lang, oder kommt mir das nur so vor? Oh 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 Weißt du was? Oh 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 Ich steck einfach meine Taschenohle da oben rein Man Fühlt ganz verkrübelt in sich zusammen Die ist okay. Blaues Licht. Sind hier irgendwelche Ritter? Hm, gerade weggebrättert, hm? Bootschlüssel. Hm, da kommt Leon. Okay, okay. Alles klar. Ja, sag ich, das Kapitel ist lang. Und weiter. Eigentlich kennen wir da schon. Ihr Weg ist ja anders als seiner. Ja, das stimmt. Du. Du. Leon S. Kennedy. Du hast nicht verändert. Du denkst einfach, du hast. Also hier ist meine Frage. Du hast du verändert, Ada? Oder hast du nur versucht, mich wieder? Ja. Was denkst du? Wir sind hier. Du denkst nicht zu hart, Handsome. Bis später. Hm. Was hat sie ihm das denn angebracht? Ja. 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 Wenn du einwilligst. Du willst dir eine Waffe an den Kopf. Wenn du einwilligst. Es ist der Typ schon wieder hier, mach doch deinen Scheiß alleine! Wird es länger dauern als ich gedacht hab! Du bist aber schnell umgefallen! Ich hab nur deine Seite getroffen, nicht mal den Kopf, oder? Jetzt verdrück ich mich noch, weil ich jetzt partout versuchen will mit R1 zu retten. Ui, das war ein anderer Tritt. Schön. Mal was Neues? Oh, das geht ja doch auf. Gut, gut, gut! Darunter ist Leon abgehauen. Geh ich die Tür rein, oder? Tür wäre das Tor. Tür. Ist schon das Lager. Hab ich den ins Leon geklaut? Ich glaub schon. Ich muss zurück. Achso. Der zu einfach ist relativ. Dir gehts alles andere als gut gerade. Ich hab noch mehr davon. Will doch jemand was? Was? Ich pass nur nicht richtig auf. Ist halt doof, wenn man nicht wirklich viel vom Fernseher hört. Also die Typen und ich rumkrakehlen hört vorher. Ja. 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 Ja.